Gürtelrose nach Impfung Komplikationen nach Covid-Impfung Wer bezahlt? Für die Covid-Impfung bezahlen Impfwillige nichts. Bei Komplikationen nach der Impfung ist es anders. Drei Wochen nach der ersten Impfung taucht bei einem 52-jährigen Aargauer plötzlich ein seltsamer Ausschlag auf, der rechtzeitig den ganzen Oberkörper bedeckt. Die Schmerzen sind heftig, also meldet er sich bei seinem Arzt. Die Diagnose Gürtelrose Man hat das Gefühl, man verbrennt fast. 5. Januar 2021 Biontech und Pfizer entwickeln Impfstoff gegen Gürtelrose Biontech und Pfizer verlängern ihre Kooperation. Nach dem erfolgreichen Corona-Impfstoff wollen sie jetzt einen mRNA-basierten Impfstoff gegen die Gürtelrose gemeinsam auf den Weg bringen. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer wollen gemeinsam einen Impfstoff gegen Gürtelrose entwickeln. Es soll das erste derartige Vakzin auf Basis der mRNA-Technik werden, die auch bei dem Corona-Impfstoff angewendet wurde, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die klinischen Studien sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Gürtelrose oder Herpes-Zoster wird durch ein Virus ausgelöst. Es verursacht meist im Kindesalter zunächst Windpocken. Nach dem Abklingen bleibt das Virus aber lebenslang in den Nervenzellen und kann zu einem späteren Zeitpunkt eine Gürtelrose verursachen. Typisch dafür ist ein brennender Schmerz, gefolgt von einer zumeist halbseitigen, bandartigen Ausbreitung von Bläschen auf der Haut. Nach dem Abheilen des Ausschlags kann ein Nervenschmerz in seltenen Fällen noch lange danach anhalten. In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, RKI, jährlich rund 300.000 Menschen an einer Gürtelrose, rund 5% davon schwer. Es gibt eine Standardimpfung mit einem inaktivierten Impfstoff in zwei Dosen. Bei dem neuen Vakzin sollen nach Unternehmensangaben eine von Pfizer entwickelte Antigentechnologie und das mRNA-Verfahren von BioNTech genutzt werden. Die Entwicklungskosten wollen sich die beiden Unternehmen ebenso teilen wie die Bruttogewinne aus künftigen Produktverkäufen.